die bewegt sich nämlich aus irgendwelchen gründen nicht mehr das ist bei wenn der server mal aus war unterbrechen sich die stromkreise oder wenn man zu weit weg ist das heißt das ist nicht gut man braucht also eine mobfalle ohne viel strom das heißt man muss die dann doch irgendwo anders bauen ich könnte mal probieren ich könnte mal probieren die ich habe ja in der letzten oder in einer der letzten folgen so ein spawner entdeckt ich glaube das war ein zombie spawner den geräusch nach zu urteilen und ich könnte mal probieren so eine quasi so eine hässliche so eine art von experience farm kurz zu bewerkstelligen ich weiß aber nicht so genau wie das geht ein paar 20 blöcke dürfen die vier herunter fallen aber nicht mehr weil sonst hatte ich das mit den experience punkten ein bisschen erledigt und viel weniger sollten sie auch nicht weil dann braucht man zu viele schläge um sie fertig zu machen optifine ist erst zu 80 prozent fertig das heißt ich bin also immer noch angewiesen auf mc patcher ich würde lieber gerne optifine benutzen aber was nicht ist was nicht fertig ist kann ich auch nicht benutzen ich habe ja immer noch die hoffnung dass sich dadurch hier die performance etwas verbessern würde wenigstens ein kleines 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 bisschen so irgendwo da irgendwo da irgendwo da müsste nachher dieser dieser sandturm sein irgendwo da ich bin mir relativ zumindest meine ich das vielleicht ist das auch ist ja denn jetzt war das denn so weit weg ja das ist ja noch ganz genau keine weit weg da kommt schon zeigt dich zeigt dich hier war doch noch irgendwo mehr wüste da ist er da ist der sandturm hier ist ein spawner drunter so mal eben kurz hier weg mit dem ganzen sand so den einen lassen wir da kann auch weg ich glaube wenn was drauf ist kann ich den ruhig freischaufeln und da muss nur was drauf sein ich glaube dann spawnt nix das testen wir einfach mal hier ist natürlich jetzt auch eine kiste was denn da drinnen kakaobohnen ja ach komm hier nehmen wir mit weg mit dir nur den darf ich jetzt nicht kaputt machen den darf ich nicht kaputt machen oder kann ich den im creative mode kann ich so ein ding ins auch nicht setzen oder weiß das jemand ich weiß das gar nicht kann ich ein viech so ein spawner im creative mode setzen wenn dann müsste ich den ja auf jeden fall hier irgendwo finden können ich sehe bisher keinen und ich glaube dann kommt auch keiner mehr ich dachte man könnte die außen kann man kann man kann man irgendwie oder habe ich den übersehen er sieht so aus als ob man das ding nicht setzen kann okay denn neben nicht und dann würde ich jetzt sehr vorsichtig hier hantieren mit der scheibe brot bin ich jetzt vorsichtig dabei mache ich aber mal folgendes ich werde nochmal eben das anders machen t game mode 0 bin ich auf boden ja ich glaube schon den musiken stein möchte ich ja einfach mal so mitnehmen der kabel ist mir egal aber das mosgestein oder ist auch so was wie eine höhle drunter und sandstein haben wir ja auch vielleicht kann ich ja das eine oder andere davon mitnehmen kann man ja vielleicht bei der pyramide gebrauchen dann kann ich ja ein bisschen auch noch der mar und märchen entlasten das bitte alles mitnehmen 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 ich muss ja je nachher noch ein bisschen platz schaffen ich weiß gar nicht genau wie ich mir das vorgestellt habe aber schauen wir mal so das ist ja okay das machen wir auch mal weg so was ist das hier jetzt kabel brauche ich ja jetzt eigentlich nicht kann ich jetzt ja wieder mal kurz wechseln so was ist das da jetzt wieso ist hier hier ist eine höhle eine höhle ist hier die ist so tief ich weiß gar nicht ob ihr jetzt noch was seht ich gehe da mal lieber eben im moment auch ganz schnell wieder raus zack raus hier raus die stört mich jetzt gerade ein bisschen muss ich sagen ja ich weiß ich brauche hier ein bisschen brauche überhaupt so viel platz ich weiß das gar nicht äh ich muss erstmal ein bisschen in ja ich brauche ein bisschen platz ich sag mal so viel auf jeden fall ja 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 du musst auch weg ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht kann ich mal bitte das spieler inventar haben so die ganzen schicken sachen erstmal da hin äh okay gib mir den mal bitte so wo ist denn jetzt hier okay den mache ich jetzt einfach mal ich weiß nicht aus welchem grunde ich mache ihn jetzt aber erstmal einfach vier breit und boah ja ja das stört mich hier alles noch ein bisschen ich habe wieder vier ist auch eine doofe breite dafür eigentlich vier ist eine ganz blöde breite wenn das ding in der mitte sein soll zumindest dann machen wir den halt mhm einen breit ich hoffe ja mal dass das geht die sind hier so zack 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 zwei tief sollte reichen so und da muss ich ja wohl auch mal eben hier ein bisschen dicht machen so so in welcher richtung ist denn jetzt eigentlich meine heimat toll dass ich mir das gemerkt habe hallo herr sommer wo musst du lang ich glaube da wo fliegen ja ich glaube in die richtung muss ich dann muss ich mal eben hier mir so ein zeichen joa okay machen wir mal eine seite erst ich weiß jetzt nicht ob das so in ordnung ist das mal irgendwann irgendwo gesehen aber noch nie so gebaut das heißt ich kann da jetzt nicht mit hundertprozentiger sicherheit sagen ach da kommt auch noch Sand das ist ja doof oh man und da ist wahrscheinlich auch noch gleich wasser ne ja das macht es mir irgendwie nicht einfacher okay geht aber noch ach erstmal weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier ja jaja ich baue das hier nachher sowieso alles hin muss nur gerade eben mal austesten wie das denn funktionieren könnte mundane jetzt darf ich nur mein Ziel nicht verloren ich wollte eine experience farm bauen So, dann baue ich mal eben einen Wassereimer. Eimer Wasser. So, wohin wollte ich das bauen? Ich wollte eigentlich, dass das nach da fließt. Dann ist das genau, oder will ich? Ja, will ich. Dann ist das eigentlich genau das falsche Vorgehen hier. Außerdem ist das auch noch nicht weit genug. Machen wir nochmal zwei weiter. Ich glaube, zwei sollten dann auch reichen. Wieder was, was ich... Das sind Dinge, die merke ich mir einfach nicht. Und kann man mich morgen, wenn ich das... Selbst wenn ich das ja heute Abend funktionieren, es ist jetzt Abend beide auch... Selbst wenn ich das ja also jetzt richtig hinkriegen sollte, wüsste ich morgen wahrscheinlich nicht mehr genau, wie habe ich es denn jetzt eigentlich gemacht. Wieder gucken, in welche Richtung muss ich in die wollte ich. Zack. Das heißt, ich werde jetzt einmal da einen Wassereimer hinpacken. Dann werde ich mal gucken, da. Das ist immer noch ein zu kurz. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Naja, okay. Ja, dann baue ich noch ein bisschen hier weg. Na, einer reicht vielleicht. So, zack. Wie sieht es denn jetzt aus? Bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt hier so klappt. So, was habe ich denn jetzt hier? Nein, den wollte ich doch gar nicht so. Hier ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ach ja, 4. Oh Gott, da ist überall Sand. 5. Und wo ist 6? 6. Oh Mann, das ist ja sehr nervig. Das ist ja nicht so schön. Ach Mann, das hätte doch auch einfach mal so ein von Fels umgebener Spawner sein können. Muss da so viel Sand sein. Hm, 7. Und... Könnte noch so gerade eben klappen, ne? Und hier die achte Reihe. Komm, ach Mann, ich bin so doof. Oh, jetzt muss ich mich wohl... Ne, ich mach das mal anders. 2, 4, 6. Ach, das ist Reihe 7. Und dann eine noch. Darf ich noch einen wegmachen oder darf ich keinen mehr wegmachen? Das ist die Frage. Oh Mann, das ist da sehr knapp. Geht aber, oder? 2, 4, 6, 7. Ja, dann ist das wohl so. Ich hoffe, dass da oben jetzt kein... kein Wasser reinbricht. Aber, das wird sich gleich zeigen. Wahrscheinlich, äh, hab ich Glück. Kommt kein Wasser rein. Alles klar. So. Okay, 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 okay. So. Jetzt fließt das alle da hin. Äh, in die Richtung könnte ich eigentlich auch 8 gehen, glaube ich. Dann haben wir 1, 2, 3. Ich weiß es nicht, das ist alles so blöd mit dem Sand hier. Und ich wollte einen schicken Raum machen, aber das kann ich voll knicken, wegen des blöden Sandes. Das kann ich total knicken. Ich will doch jetzt nicht den ganzen Sand da wegmachen. Na gut. Oh, jetzt bin ich hier in der Höhle. Toll. Ganz toll. Ganz toll. Da muss ich ja irgendwie... Das ist ja... Okay. Okay. So, dann... Okay, vielleicht kann ich die ja sogar... Ha, ha, ha. Gute Idee. So, wie war das jetzt? Jetzt brauche ich mal eben... Der musste auch nochmal weg. Brauche ich nochmal eben so ein... Ha, 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 ha. So ein Schildchen. Schilder waren da. Oh, da muss ich noch das Icon austauschen. Das ist noch verkehrt. Okay. Dann, äh... Hier hin, ne? Ne, irgendwie... Wie ging denn das noch? Anders auf jeden Fall. Ich wollte nicht die ganze Zeit A drücken. Und... Den wollte ich da mal eben wegmachen. Den wollte ich da hinmachen. So müsste es gehen, ne? Nicht... Geht das nur mit halben Stufen? Nein, das geht mit ganzen. Ich bin mir ganz sicher. Geht das doch nur mit halben? Dann mache ich da halt ne Half Slap hin. Dann ist das so. Half Slap habe ich nicht als Clean Stone Slap, oder? Ach man, doch da, klar. Aber der ist nicht Clean Stone. Der ist nicht clean. Okay. Hm. Okay. Ah, super. Dann kommt er gleich von oben. Wasser, oder? Oh mann. Ist das hier doof mit dem... Oha. Oha. Wie weit will ich denn die fließen lassen? Eigentlich auf die andere Seite. Wäre schon cool. Aber da muss ich die ja erst... Oh Gott, ist das tief. Ja, da muss ich die ja gar nicht hoch machen. Da muss ich die ja runter. Äh, mann, mann, mann. Es geht wieder alles schief, was schief gehen kann hier. Alles. Alles, was schief gehen kann, geht mal wieder schief. Ich, äh, mach das jetzt trotzdem hier. Dann muss ich da eben durch. Ja, ist ja gut. Und gleich kommt das Wasser von oben. Jetzt nämlich. Zack, zack, zack. So, zack. Mist. So, jetzt mach ich das mal mit. Ich weiß gar nicht, womit mach ich denn das jetzt hier. Äh, erstmal brauche ich Sand. Sand, 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 sand. Und dann brauche ich wohl gleich Erde. Ich brauche wohl gleich mal Erde. Und, äh, wär ja auch schön, wenn die Mobs bis irgendwo hin könnten. Äh, da ist, hab ich ja abgedichtet. Okay. So. Okay, dann gehe ich nochmal wieder da runter. Hier sollen sie lang. Hier kommen sie nicht raus. Da kommt irgendwie von oben Wasser. Hab ich was vergessen? Achso, Erde wollte ich nehmen, ne? Ich wollte ja Erde nehmen. So, und dann baue ich mir da jetzt mal irgendwie... Oder mach ich das aus Glas? Ich könnte das auch aus Glas bauen. Warum nicht? Ach, aus Glas. Okay. So, jetzt will ich aber erstmal eben hier dicht machen. Wie weit geht das Ganze? Weil ich muss ja sowieso hier ein höher werden. Moment. Ne, Moment. Da muss der nicht hin. Der muss, äh, dahin, ne? Zack. So. Und dann hab ich gesagt, aus, 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 aus. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ähm. Das muss irgendwie dicht da. Hier hab ich jetzt, äh, gesagt, soll da mal bitte, äh, normaler Stein hin. Mhm. Super. Unterwasserarbeiten sind immer meine Lieblingsarbeiten. Okay. Wasser. So ist es in Ordnung. Wer ist da falsch? Wer auch? Den nehmen wir mal. So. 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 Und da und da und da und da. Wie weit fließen die Scheiße jetzt? Äh. Da haben wir jetzt gemacht. So. Da sollte keiner hin. Wo kommt denn das jetzt noch her? Hä? Da ist doch. So. Einen Augenblick mal eben. Das muss ich doch gleich hier irgendwie. Wo kommt denn das jetzt noch her? Ah. Da ist noch so ein solider. Ne? So. Okay. Dann brauche ich mal eben das. Was? Was? Was brauche ich? Das Wasser? Einmalchen. Ah. Super. Ganz klasse. Das wird ja wieder eine super Folge. Da muss einer hin. So. Und jetzt muss ich da mal eben runter. 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 Nehme ich den da eben auch weg. Ja. Toll. Ah. 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 Ich weiß es nicht. Ich muss gleich eine Pause machen. Unbedingt. So. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Und hier geht's lang. Okay. So weit. So gut. Ich muss mal einen Schluck trinken. Moment. So. Mal zurück. Das müsste alles klappen. Okay. Dann geht's hier munter weiter. Mit einem Block da. Einen Block da. 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 Was. Okay. Okay. Ja. Unterwasser arbeiten. Das habe ich ja beim Bootsbau immer schon so geliebt. Also gar nicht. Eigentlich. Und. Äh. Und. Ist immer ganz grausam finde ich. So. Warum ist jetzt hier noch alles voller Wasser. Da. Na komm schon. Na komm. Komm. Was ist denn hier noch alles voller Wasser. Habe ich hier noch irgendwo ein Loch. Na. Oh oh. So. Äh. Hallo. Wo bin ich jetzt hier. Okay. Irgendwie habe ich mich da gerade. Mich vertan. Opsala. So.